Hallo YouTube, ich bin's wieder, euer Jailbreaker529. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem Paket von Zydia einen Cheat für Doodle Jump hinbekommt, dass ihr die ganze Zeit so eine Jetpacks habt und riesige Rekorde aufstellen könnt. Dazu geht ihr zuerst in Zydia. Und dann geht ihr auf Verwalten, dann auf Quellen und dann müsst ihr eine Quelle neu hinzufügen und die heißt iHacksrepo.com Die sieht so aus, iHacks, da gebt ihr ein, hier oben auf Bearbeiten und dann auf Hinzufügen iHacksrepo.com iHacksrepo.com Und dann noch Quelle hinzufügen, ich hab das jetzt schon, deswegen gehe ich auf Abbrechen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Suchen und dann gebt ihr oben ein Doodle Jump Und dann braucht ihr dieses Paket, das heißt Doodle Jump Hack V1,21 Dann geht ihr rauf, dann auf Installieren und dann müsst ihr euer Springboard glaube ich neu starten Weiß ich jetzt nicht genau So, dann geht ihr wieder zurück Dann geht ihr auf Doodle Jump Und dann könnt ihr sehen, das ist alles ein bisschen groß geworden hier Und das muss ich erstmal laden Noch normal größer, alles wird gleich größer so Und wenn ihr dann auf Play geht, könnt ihr sehen das Viech ist viel größer geworden und hier sind ganz viele Jetpacks und wenn ihr dann da rauf geht fliegt das dann die ganze Zeit und ihr braucht nichts mehr machen und ihr kriegt riesige Rekorde Ja, das war's auch schon, bis zum nächsten Video Das war's auch schon, bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video